Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Das Blut von Acerod, ist die Folge Quest von die Perspektive des Sprechers anzunehmen beim Agni Bronzebart in Silithus. An dieser Position, hier unten sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest gleich mal an und dann darf ich zu dieser Position fliegen oder einfach mich begeben. Ich fliege gleich mal los und knapp die Hälfte des Weges habe ich schon. So, das Lager erkennt man schon. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch freuen wird, ist wenn ihr mich abonniert. Das motiviert mich besonders weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Hier habe ich noch mal die Map aufgemacht mit Koordinaten dazu. Quest ist abzugeben hier in dieser Hütte. So, Quest ist abzugeben bei Noran Speed in Silithus. Ich zoome noch mal ran und zeige noch mal die Koordinaten bzw. ich weise drauf hin. Ich hoffe sehr, dass ich euch helfen konnte, die Quest abzuschließen. Ciao! Ciao!